Hallo und herzlich willkommen meine Freunde, ich bin es wieder, wir spielen jetzt mal den Diablo und Pass of XL Killer Wulsen. Das lassen wir uns einfach mal so wirken, einige sind schon ein bisschen nervös geworden, es wird jetzt von den Streamern auch ein bisschen gepusht. Da gibt es so den einen oder anderen, der hat schon geschrieben, besser als Diablo 4, besser als Dings, obwohl noch nichts am Markt ist. Also die ganzen Gerüchte, wir werfen es mal von Tisch und geben einem guten Spiel eine faire Chance. Mal eine faire Chance, nicht mit irgendwas verglichen zu werden, es gibt auf jeden Fall Parallelen zu Diablo, Parallelen zu Pass of XL, gar keine Frage, ist auch klar, denn es fällt ja auch in dieses Genre rein. Also wir spielen hier Wulsen, das Ganze ist in einer Alpha, das Ganze gibt es schon länger, hieß vorher mal anders, war ein Kickstarter Projekt, aber die ganzen Storys und so weiter interessiert uns alles nicht. Ihr seht hier, in den Neuigkeiten könnt ihr alles durchlesen, gibt es übrigens auch bereits schon auf Deutsch, also es gibt schon die Alpha auf Deutsch, das ist natürlich auch für uns schon mal ganz eine nette Geschichte eigentlich. Also was euch lieber ist, Englisch, Deutsch und noch drei, vier andere Sprachen, alles möglich. Das Spiel selbst, das wollen wir uns jetzt hier natürlich anschauen, kostet etwas. Also für alle, die sich jetzt denken, ey, das sieht ganz nett aus, ihr könnt die Entwickler unterstützen, deswegen haben sie dieses Modell hier, wo die Alpha-Version schon was kosten und so weiter, also ungefähr 20 Euro, wer es haben möchte, ist über Steam verfügbar, kann man einfach runterladen, waren glaube ich 11 GB und ich muss für mich tagen, für meinen Teil, wir haben es letztens in Stream mal zwei, drei Stunden gespielt und auch Off-Stream ein bisschen, das war super. Also für eine Alpha gab es, da müssen wir mal auf Holz klopfen hier, gab es keine gröberen Probleme, wir hatten keine Disconnects, wir konnten es einfach straight spielen, so als wenn es halt ein ganz normales Spiel wäre. So, das waren mal genug der einleitenden Worte, wir beginnen das erste, grafisch ist das Spiel mal der Knaller, dann das ganz Wichtige, es ist nicht so wie andere Vertreter dieses Action-Role-Playing-Genres und so weiter, sondern man macht es so, man entscheidet sich nicht zuerst, zum Beispiel spielt jetzt einen Baba oder spielt einen Mage, sondern man erstellt sich mal einen Charakter. Ihr erstellt euch einen Charakter und könnt dann alles werden, was ihr werden wollt, also man spielt hier so den amerikanischen Traum, kurz gesagt, also wir haben hier zum Beispiel die Möglichkeit von der Charaktererstellung, von der Möglichkeit der Modifizierungen her, also da geht von dick zu super dünn, über Muskeln, über alles mögliche, könnt ihr hier ohne Probleme erstellen. Was ich auch letztens gesehen habe, es ist auch möglich den Brustumfang zu erstellen, das dürfte anscheinend eine sehr, sehr wichtige Option sein. Okay, okay, ja lassen wir mal ein paar schlechte Witze müssen dabei sein. Also okay, wir haben hier die Möglichkeit alles mögliche irgendwie so zu erstellen, vor allem dann die Modifikation von Frisuren und so, das ist eh überall schon bekannt. Was ich ganz gut finde, ist, dass man hier die Möglichkeit hat, zum Beispiel zwei unterschiedliche Augen zu haben. Nice, oder? Ich fand es gut, ich fand es einfach gut. Dann gibt es noch so einen fertigen Typen, dann haben wir noch hier die Möglichkeit auf Sättigungsgraden und so weiter, also da die Einstellungsvariationen. Also ich denke nicht, dass es hier zwei gleiche Charaktere geben wird, wenn man einfach so viel einstellen kann. Aber dadurch, dass es momentan eh nur Solo ist, also es gibt momentan noch keinen Kooperationsmodus, ist das mehr oder weniger auch mal noch nicht so wichtig. Also vom Erstellen her, vom Grafischen her, ihr könnt bis Level 20 spielen. Wir werden uns das Spiel jetzt im Detail mal anschauen, bedeutet, Skillbaum, wie sind die Kämpfe, die Monster, die Händler, wie ist die Map aufgebaut. Da werfen wir jetzt direkt einen Blick rein. Ja, dann starten wir mal die Party nach dieser unglaublich guten Einführung von mir selbst. Ihr seht schon, wir haben natürlich eine Map, dort gibt es Teleporter, wie wir das von den aktuellen Action Roleplaying Games so kennen. Da können wir uns natürlich überall hinbauten, was natürlich ganz super ist, die Grafiker. Also vom Grafischen her ist da einfach unglaublich. Also da kann man nichts erzählen. Ihr seht schon, wir können die Kamera schwenken, wir können raus und ran zoomen. Also man muss sich aber auch sagen, zur Orientierung ist es dann besser, wenn ihr die Kamera irgendwie ein bisschen stabil hält. Denn ansonsten wird es sehr, sehr schwer, das Ganze zu überblicken. Besonders, wenn ihr auf der Karte irgendwo hinlaufen wollt und immer die Kamera ändert. Und auch von der Richtung her, ihr habt es schon gesehen, wir haben ein paar Effekte gewirkt, so wie die Feuerpelle und so weiter. Das Ganze ändert sich dementsprechend mit. Also grafisch kriegt das mal garantiert 9 von 10 Sterne, denn das ist hier der absolute Wahnsinn. Von den Effekten her und so weiter. Es gibt natürlich Händler, wie wir das schon gewohnt sind. Aber wir beginnen mal mit den wichtigsten, mit den Skills. Wie ihr seht, wir haben hier Wildheit, Sehigkeit, Beweglichkeit und Willenskraft. Und dann natürlich noch so etwas zum Aufklappen. Und es gibt noch viel, viel mehr Talente. Also es ist wahrscheinlich näher ein bisschen an Path of Exile, wie schon gesagt, als ein Diablo. Denn wir haben hier jede Menge Skill-Punkte zu vergeben. Das Gute ist, wenn wir ein Level-Up machen, können wir gleich mal 10 von den Punkten reinschießen. Und jetzt kommt das. Das kommt euch vielleicht schon bekannt vor so einen Skill-Baum, wo man so in die einzelnen Richtungen gehen kann. Denn der ein oder andere kennt es vielleicht von einem Spiel, wo es schon öfter mal verwendet wird. Also der Skill-Baum ist ein bisschen umfangreicher. Was mir sehr gut gefällt, das war anfangs gesagt, wir suchen uns nicht einen Jäger aus oder einen Legionär oder einen Arcanisten, also so einen Mate. Sondern man erstellt sich mal einen Charakter und dann entscheiden wir je nach Skill-Baum, je nachdem, wo wir die Punkte reingeben, wo wir hinwollen. Was jetzt hier ein bisschen umfangreich aussieht, kann man natürlich noch ein bisschen toppen. Und zwar haben wir hier die Möglichkeit, die Ringe rotieren zu lassen. Ja, da habe ich das erste Mal auch nicht schlecht geschaut, dass wir hier die Möglichkeit haben, die einzelnen Skill-Bäume einfach weiter zu rotieren. Und somit natürlich für unsere Klasse diverse Belohnungen, würde ich gar nicht sagen, sondern diverse Skills einfach freizuschalten. Also wir sehen, wir haben noch nicht mal alle Skills. Wie gesagt, in der Alpha gibt es noch nicht alle. Es sind auch nicht alle Punkte noch miteinander verbunden. Aber es gibt natürlich schon eine ganz, ganz andere Tiefe. Wenn ihr euch jetzt denkt, was bringt das zum Beispiel? So wie hier, wir haben schon den äußeren Ring aktiviert. Wir können uns für spezielle Situationen, die Bosskämpfe sind in dem Spiel nämlich relativ hart. Da können wir uns zum Beispiel dann irgendwie ein Fernkampfbild bauen. Und mit ein paar Rotationen geben wir uns dem Fernkampfbild einfach frei. Was natürlich das Ganze animationstechnisch, wenn wir ein Talent freischalten, also ihr seht schon, da liegt so ein Strahl runter. Also da, dem kann man einfach nichts mehr hinzufügen. Ist eine ganz klare Sache. Wir haben uns jetzt hier so für die Richtung Barbar, ja, sagen wir mal so Barbar, Gladiator, Legionär, mal in diese Richtung entschieden. Weil wir natürlich jede Menge Damage machen wollen. Vom Inventar her, was ein bisschen ungewohnt ist, vor allem für mich, es gibt immer eine rechte und eine linke Seite. Das bedeutet also, bei den Schulternpolstern, Händen und so weiter, müsst ihr immer darauf achten, ob es für rechts oder für links ist. Das heißt also, vom Equipment her, fühlt sich aber sehr gut an. Denn man hat einfach mehr Möglichkeiten, das Ganze zu equippen. Und meistens ist es so, dass eine Seite ein bisschen stärker ausgeprägt ist. Wenn ihr Glück habt, wir hatten das ein paar Mal, dass wir zum Beispiel nur linke Schulterpolsterungen gefunden haben, dann ist das halt so. Jetzt schauen wir uns hier mal ein paar Kämpfe an. Das ist nämlich auch noch wichtig. Wir haben jetzt hier so eine Art Zeus am Start. Ihr seht schon, die Blitze fallen. Das liegt aber einfach daran, dass wir eine Art Zauberstab nutzen, welche auf Blitz ist. Also wenn wir den dann auf Feuer switchen, dann würden wir jetzt hier nicht so Blitze schleudern, sondern würden hier einfach mit den Feuerbällen um uns schießen. Aber wie gesagt, das sieht mit den Blitzen schon mal ganz sweet aus. Wir haben auch jeder mögliche Talente. Also es ist so ein Open World Content. Das bedeutet also, wir können eigentlich hinlaufen, wo wir hinlaufen wollen. Wir können equippen, was wir equippen wollen. Ich zeige es euch mal. Wir switchen jetzt hier auf die Axt und schon sind die Blitze weg. Und schon schlägt unser Bavar mit der Axt zu. Lässt sich natürlich einfrieren, um hier mal ein bisschen die Effekte zu zeigen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich einfach zu langsam war beim Ausweichen. Wir haben auch so ein Stampfen und so weiter. Oh, hat er uns gleich nochmal erwischt. Sondern das Ganze lässt sich so ganz gut spielen. Wir haben auch hier in einem Feuerball die Skills. Zu erlernen ist ein bisschen ungewohnt, denn es gibt sogenannte Skillbücher. Das bedeutet also, das droppt von Mobs oder wir können es auch von Händlern kaufen. Das sind so kleine Bücher und darüber erlernen wir die Skills und die können wir dann praktisch noch weiter ausbauen. Das zeige ich euch aber später. Jetzt gibt es hier mal als erstes ein bisschen Kampf-Action. Denn das sind hier mal so die wichtigen Sachen, wenn man schon so eine Art Hack and Slay spielt. Da wollen wir natürlich rüber. Wir wollen auf den Gegner, wir wollen natürlich draufschlagen, durchwirbeln oder eben ihn mit Feuer verbrennen oder einfach mit Blitzen erschlagen. Also da gibt es jede Menge Möglichkeiten. Es geht sogar so weit, dass es, wenn ihr die Art Jäger spielt, habt ihr nicht nur feinen Bogen und Armbrust, sondern wir haben auch schon so Schusswaffen gesehen. Ja, ihr habt richtig gehört. Wir haben ja schon so einen alten Revolver gefunden, mit dem man dann rumballern kann. Das sieht soweit schon mal ganz funny aus. So, nach dem Ganzen hier kommen wir mal zum wichtigsten Part, den Teleport. Ihr seht schon, was war denn das? Gleich nochmal mit T können wir uns teleportieren und das Ganze sieht schon mal richtig, richtig gut aus. Ich muss ehrlich sein, ich habe mich so das ein oder andere Mal alleine zum Spaß ein bisschen hin und her teleportiert, einfach weil es wirklich super aussieht. Also grafisch, man kann es nur immer wieder betonen, ist es schon mal ganz, ganz weit vorne. So, jetzt gehen wir mal in ein anderes Gebiet, damit ihr nicht nur so eine frostige Umgebung gesehen habt und da denkt, ja, gefällt mir nicht so. Es gibt natürlich ganz, ganz viele unterschiedliche Gebiete, unterschiedliche Monsterarten, Monstertypen, mit den Elementen zu verstärken oder zu schwächen, was mehr oder weniger bedeutet. Wir können natürlich zum Beispiel bei Frostgegnern mit Feuer oder wenn ihr zum Beispiel in einem Blitzangriff im Wasser wirkt, dann verstärkt sich das Ganze. Angeblich. Hätte mir jetzt noch nicht aufgefallen, aber es sollte sich dementsprechend verstärken. Ihr seht schon hier als Barbar, da haben wir teilweise Ansturm und sowas dabei. Also von den Kampfanimationen her kombiniert mit den diversen Magieeffekten, mit dem Skillsystem, da kann man echt nach Herzenslust sich den Charakter seiner Wahl bauen. Das finde ich sehr gut. Also man muss nichts am Anfang entscheiden. Also ihr entscheidet nur mal euer Aussehen und alles weitere ergibt sich dann während des Spielens. Sollte euch was nicht gefallen, ihr habt es hier schon gesehen, rotieren wir einfach die Skills weiter. So und nach diesen optischen Genüssen melden wir uns hier nochmal zurück. Ihr habt die Kämpfe gesehen, das Skillsystem zu sehen und wie schon gesagt, es gibt noch etwas Besonderes und zwar haben wir ja hier unten diverse Skills und was ich persönlich ganz gut fand, hat mich auch überrascht. Ihr könnt auf die Skills klicken und dann seht ihr, dass die Skills Skills haben. Also Skills Skills. Also die Skills haben noch die Möglichkeit, wenn ihr sie weiter levelt, wir können die ein bisschen entwickeln, zum Beispiel hier Kostenreduktion, extra Feuerball. Also wir haben hier, kann man das umstellen, können wir sogar. Und somit wir dann aus einem, ja, jetzt haben wir nur mal einen, haben wir hier die Möglichkeit, das auf zwei zu geben. Nice. Das gilt natürlich, je nachdem wie weit wir die gelevelt haben, haben wir hier die Möglichkeit, die Skills unterschiedlich zu beeinflussen. Finde ich richtig gut. Also es hat so ein bisschen was, da sind wir eher wieder ein bisschen bei Diablo mit dem Runensystem, wo wir eine Skill haben und die mit der Rune modifizieren. Hier haben wir einen Skill und modifizieren ihn halt auch so mit einer Art Rune von mir aus. Finde ich gut, ist eine richtig, richtig geile Idee. Also wir haben da, um das dann nochmal ein bisschen zusammenzufassen, wir haben den relativ umfangreichen Skillbaum. Also wir können auch hier mal kurz ein paar Talente schauen. Wir wollten ja Richtung Legionär auf den Kämpfer, auf die Wutgenerierung, weil das ganz wichtig ist, auf die Waffe. Was haben wir hier, könnte man Schilde noch mitnehmen, brauchen wir nicht. Wir spielen hier einen Ackskrieger, also hier Waffenexpertise, Äxte, damit man eben sagen kann, okay, wir wollen uns in irgendeine Richtung spezialisieren. Deswegen heben wir auch die und die Waffen auf, ist richtig gut, ist richtig gut. Wer kriegt auch, wenn ihr denkt, ey, der hat so viele Punkte freigeschalten. Wenn wir ein Level machen, können wir hier drei Punkte vergeben. Also das bedeutet, das Ganze geht natürlich auch relativ zügig. Man hat wirklich ein gutes Progressgefühl, also in kurzer Zeit entwickelt man sich hier ganz gut weiter. Wenn man hier ein Level abmacht, wie gesagt, gibt es nochmal zehn Punkte, die wir dann eben in die Wildheit stecken können. Als Beispiel, da steht jeder bei Schaden, Angriffsgeschwindigkeit und so weiter. Also da ist es sehr, sehr gut. Also wir haben eben den Skillbaum, die Skills und dann hier separat nochmal die Möglichkeit, weiter reinzugehen oder es für unsere Bedürfnisse noch ein bisschen anzupassen. Es wirkt jetzt vielleicht am Anfang ein bisschen chaotisch, aber wenn man es, wie gesagt, ich habe es ein bisschen gespielt. Wenn man es ein bisschen gespielt hat, kommt man eigentlich ganz gut rein. Also ich muss sagen, es ist für die Fülle an Informationen ist es gut aufgearbeitet. Also da haben es echt einen super Job gemacht, neben der wunderbaren Grafik und so weiter. Sieht das mal spitze aus. Ihr seht hier auch auf der Minimap, wo eben diverse Geschichten sind. Hier kann man ja mal die Kamera drehen. Was mich ein bisschen verwundert hat, habe ich nicht kapiert, warum es das gibt. Wir können uns hier ausruhen. Das bedeutet, wir können hier ein paar Stündchen schlafen. Ich vermute mal, zu einem späteren Zeitpunkt wird das irgendeine Relevanz haben. Im Stream wurde gesagt, dass es gewisse Zeiten gibt, wo Gegner stärker oder schwächer sind. Also von den Gebieten, die wir dann hier so zu erkunden haben, haben wir dann eben die Möglichkeit, da uns einen Vorteil oder einen Nachteil zu erschaffen. Also wie gesagt, das Ganze ist eine Alpha. Für eine Alpha finde ich schon sehr, sehr weit entwickelt. Auf jeden Fall, wir können schon viel machen, viel erkunden, uns schon in das Kampfsystem einfühlen. Man hat manchmal das Gefühl, es würde ein bisschen stockig sein. Also wir hatten das bei den Gegnern. Wir hitten die ersten vier, werden voll dynamisch umgemetzelt und beim fünften stehen wir dann ein bisschen. Dann dauert es ein bisschen von der Wutgenerierung. Also es ist vom Kampfablauf und vom Spielgefühl her, würde ich mal sagen, bei 85 bis 90 Prozent. Also wenn man da noch ein bisschen mehr optimiert, dann glaube ich, könnte das Ganze auf jeden Fall sehr, sehr gut werden. Ich finde es mal gut. Das ist immer das Wichtigste. Ich finde es mal gut. Ja Freunde, das war jetzt mal ein kleiner Einblick in das Spiel. Wenn ihr mehr sehen wollt, wir werden es im Stream immer wieder mal starten. Oben die Schleichwerbung auf jessewalks.tv. Also hier nochmal die Schleichtasse, damit ihr alles mal gesehen habt. Nur ein bisschen Werbung muss ohnehin sein. Wenn ihr das Spiel schon gespielt habt und ihr habt vielleicht die einen oder anderen Kommentar oder einen Erfahrungsbericht, schreibt das bitte in die Kommentare. Ich bin sicher, dass sich ein paar Leute überlegen, besonders wo es in Diablo so eine Season kommt, wo es nicht viel Neues gibt, um nichts zu sagen, nichts Neues. Wo es in Diablo so eine Leerlaufseason gibt und auch im POE das Ganze sich hier ein bisschen wiederholt. Kann man das als Zwischenlösung auf jeden Fall mal anstreben. Ein paar Stündchen sind da gut aufgehoben. Sagen wir, wir sehen es, ein paar Stündchen sind gut aufgehoben. Okay Freunde, ich hoffe mal es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen da. Wenn nein, schade für die Zeit. Tut mir leid für euch. Und jetzt wünsche ich euch wie immer viel Glück, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.